Und die Glocke ist das Zeichen für den Start. Und die Glocke ist das Zeichen für die Glocke. Und die Glocke ist das Zeichen für die Glocke. Und die Glocke ist das Zeichen für die Glocke. Und der Vorsitzende des Pferdezuchtverbands Niederbayern-Urpfalz, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands Bayerischer Pferdezüchter, Haflinger-Fan, Pferdemann, Herr Berger, übergibt den Ehrenpreis. Dankeschön, Herr Berger.